Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns in Zukunft, euch in einigen kurzen Clips unserer täglichen Arbeit, was uns bewegt und aktuelle Themen vorzustellen. Aktuell arbeiten wir an das sich unseres 30-jährigen Jubiläums an einem Imagevideo, welches wir hoffen in diesem Jahr produzieren zu können. Viele Menschen haben Fragen zum Thema Trauer, Abschied, Tod und Sterben. Vieles bewegt, vieles verunsichert. Wir versuchen mit diesem neuen Format Fragen zu beantworten, vielleicht Ideen zu spenden, wie wir umgehen können mit dem Thema Abschied. Vielleicht auch, was mir ein persönliches Anliegen ist, schon vor dem eigentlichen Tod die Begleitung von Sterbenden in den Fokus zu rücken. Wir würden uns freuen, wenn ihr in Zukunft uns auf unseren sozialen Kanälen, auf Twitter, Facebook und YouTube folgt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis bald. Vielen Dank.